Mr. Gatsby, sagen Sie, wer genau sind Sie überhaupt? Siehst du nicht, wer dieser Kerl ist? Mit seinem Haus, seinen Partys und seinen modischen Anzügen. Wir sind in verschiedenen Welten geboren. Es liegt uns im Blut. Und nichts, was Sie tun oder sich ausdenken, wird das je ändern. Helfen Sie den Mund! Fangen Sie den Mund! Gatsby. Schon als kleiner Junge hatte er eine große Vision von seinem Leben. Ich sorge dafür, dass alles genauso wird, wie es vorher war. Nur für dich und mich. Kein noch so großes Feuer hätte dem Märchen, das er in seinem Herzen trug, etwas anhaben können. Und das entspringt wirklich alles nur deiner Fantasie. Doch ich hatte das ungute Gefühl, dass er etwas verbarg. Ich wünschte, ich hätte alles auf der Welt mit dir geteilt. Ich will nicht nach Hause zu Tom. Dann bleib. Es ging über sie hinaus. Es ging über alles hinaus. So einem Kerl müsste man dringend mal das Handwerk legen. Mein Leben, mein Leben hat so zu verlaufen. Immer weiter nach oben. Immer weiter nach oben.